Punkt ist bö, auch wenn diese Kundschaft manchen suspekt ist. Wenn die so dunkel angezogenen Leute, denke ich mir immer, die sind alles traurige Leute. Die brauchen einen richtigen Krach und Geschöpfer, damit sie glücklich sind. Und jedem das seine. Aber mich erschüttert das ein bisschen. Junge Leute machen sich so traurig in der Kleidung. Aber an sich wirken die ganz fröhlich. Finden Sie, finden Sie, wenn ich mir die Gesichter anschaue, ich weiß nicht. Naja, und die haben eine harte Nacht hinter sich. Das wird es wohl sein. Nicht ausgeschlafen sind Sie, ne?